Was ist das da überhaupt? Was ist das für die Reparatureinrichtung oder was? Ja, fahrt wieder dann aus. Ja, und zwei fähr da noch raus, genau. Wofür baue ich die Schirme überhaupt? Wofür? Die fahren doch eh alle gleich wieder raus und fahrt da mal weg. Los, mach das Loch dazu. So muss eine Mauer aussehen, so. Das ist eine Mauer. Mann, wer war der Commander vom Beta-Team? Der hatte echt keine Ahnung von nichts gehabt. Diese scheiß Mücken da, die sind sowas von penetrantes. So, jetzt reißen wir die Wände da noch ein. Ja, blockiert wieder alles, genau, habt schon recht. Oh, es repariertes Kraftwerk. Oh, die... Die Luftarwehr, die ist etwas so sinnvoll wie... ...die Flarax in C&C 1. Die Dinger waren doch total nutzlos, weil... Oh nein, jetzt reißen wir sie besser nicht gerade ab. Nicht gerade in dem Moment. So, irgendwas muss ich noch kaputt schießen. Das wird so nix. Ich könnte mal da unten rum. Genau. Da unten rum. Erforschung, wie sieht's damit aus? Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh, halbe Stunde noch. Okay, wie lange hatte ich angefangen? Ich hab mir eine Stunde angefangen, ne? Ja, sieht sogar schon schlecht aus. Gebäude wird angegriffen. Kommt. Das sind so viele Raketenstellungen, aber noch nicht genug. Egal, dass die Mörser weg sind, war das Wichtigste erst mal. So, jetzt repariert ihr erst mal den Ölturm, bevor der noch seinen Geist aufgibt. Das wär jetzt nämlich extrem schlecht. Okay. Stellen wir euch alle mal wieder um. In der Wagenhoffnung. Feuer erwidern, Feuer einstellen. Oh mein Gott. In der Wagenhoffnung, dass ihr dieses Mal mehr sinnvolle Sachen macht. Und da oben kommen die immer her. Schauen wir doch mal da drauf. Ja, genau. Du fährst mal schön daher. Für dich hab ich jetzt speziell auftrag. Und zwar die ganzen Mauern da wegreißen. Oh, reiß' weg. Reiß. Reiß' alle weg. Alle. Oder reiß' ich so ein Stück weit weg? Der repariert sie jetzt natürlich noch. Ja. Geil. Ich soll die Mauer wegreißen. Moment, vorher reparieren wir sie noch mal. Oh Gott. Da ist ja noch ne Basis. Wie geil ist das denn? Ich hätt' so Punk-Bunger-Buster mitnehmen sollen. Ja. Ja klar hätt' ich die mitnehmen sollen. Das sind wahrscheinlich die ultimativen Dinger gegen Bunger, ne? Nein, sie heißen bloß so. In Wirklichkeit sind die total schlecht gegen Bunger. Das sind die Mauer wegreißen. Und die Hälfte der Einheiten schaugelt sich wieder die Eier. Artefakt entdeckt. Artefakt! Uh. Uh, ja. Ja. Gib mir ein Artefakt, Baby. Oh, der ist schon repariert. Instruktion abgeschlossen. Ach, ich glaub das eine Löchle, da lass' ich. Ah ja, Eier hat wieder in der Gegend rum. Egal, bauert da, schnell. Okay, alle gehen da drauf. Alle da drauf. Dann hört es für den Transporten hier hoffentlich mal auf. Artefakt wurde gefunden. Konstruktoren sind geschlossen. Jam, jam, jam. Ja, äh, 2 fährt jetzt mal, äh, baut jetzt mal noch was. So, jetzt hört es hoffentlich mit dem Transporten mal auf, hier. 44710, was kann man erforschen? Schnellfeuermechanismus, wenn Maschinengewehre. Hm, 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 so. Nehmen wir mit. Hab ich noch Maschinengewehre? Nein, ne? Ich bin der Meinung, die dachten nichts. Instruktion abgeschlossen. Ah, endlich. So, jetzt, was noch? Was noch? Ne Fabrik. Könnt man langsam mal wieder bauen, ne? Eine Fabrik. Warum mal da hin? Bisschen eng meine Basis, aber sonst. Sieht doch ganz akzeptabel aus. Okay, ich hab keine Ahnung. Immer noch nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? 28 Minuten? Ach, da haben wir ja noch ewig Zeit. Oh, was soll ich lieber nett sagen, ne? Gleich passiert wieder irgendwas Schlimms. Konstruktion abgeschlossen. Oh, gut, gut. Aufrüsten. Sofort aufrüsten, das Ding. Fabrikmodul. Aufrüsten. Türme können ja nachher drüber reden. Ey, da lebt noch ein Flammenwerferturm. Ich bin geeindruckt. Hab ich die nicht alle abgerissen? Ah, nein. Einen hab ich ja stehen gelassen. Ah, ich weiß. Warum hab ich den stehen gelassen? Ah, weil er gut aussieht. Schön. Konstruktion abgeschlossen. Schön, schön, schön. Hat einen schönen Gesamteindruck, so in der Landschaft. Oh, und noch mehr. Ja, komm. Hä? Ich kann eine Fabrik... Fabrik... Rückzugangaben machen. Genau. Konstruktion abgeschlossen. So, ihr baut jetzt... Nein. Sicherheitshalber da noch, so wegen Turm. Eine Mauer aus Türmen. Viel effizienter, so scheiß Beton. Da, greift ihn mal an. Dann wieder auch was zu tun hab. Jetzt zieht euch da mal zurück, zurückziehen. Die fahren immer wieder voll nah in die Mösser. So, also ich hab jetzt... Oh, muss ich erst mal ein paar neue Einheiten bauen. Was macht überhaupt mein Transporter? Kommt ihr doch mal irgendwann an, oder? Ah, jetzt kommen wir's mit die Wichser wieder. Ich werde immer so freundlich, das da zu reparieren. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ich wusste es, dass das wieder kommt. Ich wusste es einfach. Hopf war da rein. Nee, nee. Die Wegfindung ist doch das Schlimmste, was es gibt in dem Spiel. Oh ja, die greifen immer wieder meinen Turm an und ich... Was könnt ihr da noch erforschen? Wolfram und Mandl der Spitze. Waffenforschung abgeschlossen. Äh, vielleicht dachte ich das ja doch noch was. Einmal Naturarm. Irgendwie brauchen die viel zu lang, oder? Binär Raketen. Nehmen wir mal die hier. Bauen wir mal um auf. Wer ist das Maschinengewehr? Nicht so das wahre bisher, ne? Noch nicht so das wahre, das Maschinengewehr. Nee, nee. Ich muss da was dagegen unternehmen. Hier. Setz mal davor. Stein um Stein. Mauer ich dich ein. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Einheiten. Also, boah, noch wegen Panzer. Und zwei Bunkerbusters brauchen wir auch noch. Oh, ich hab nur eine Fabrik. Wie scheiße ist das denn? Bitteschön. Was macht eins? Ich dampf noch ein wenig vor sich hin. 25 Minuten hab ich noch. Gut, da können wir die Basis anschauen. Wieso weiß ich nicht wieder automatisch 2 zu... Du lässt dich mal reparieren. Ich lasse euch beide reparieren. Ich sag schon gar nichts mehr. Ich sag, das hat doch eh keinen Sinn. Los, aufbauen. Oh, was macht ihr denn? Ihr sollt euch reparieren lassen. Oh, wer die Wegfängung gemacht hat, der gehört geschlagen. Echt. Dach und Nacht gehört der geschlagen. Ist ja schrecklich. Produktion abgeschlossen. So. Schauen wir mal. 9 von 10. Wie sieht's mit der Produktion aus? Baut noch. Und er weist sich halt nicht automatisch neu 2 zu. Nein, bloß nicht, um gar kein... So. Das Bumper da schon wieder so komisch. Mein Bruder. Geil. Luftabwehrstellung hab ich da eigentlich kein so... Äh... Ah, der ist soweit befördert, ne? Ah, das ist... Was ist das? Spitze im Katzenheil. Waffenforschung abgeschlossen. Mit Schaden von Maschinengewehren. Was machen wir denn jetzt für Schaden? 45. Hm, 35. 25. Wahnsinn. Besser, aber irgendwie nicht so das wahre. Oh Gott, und mir ist die Energieausgang. Konstruktion abgeschlossen. Forschung. Forschung. Und ich hab keine Energie mehr. Ja, dann werde ich wohl mit dem, was ich hab, angreifen müssen. Bisschen die Artillerie dezimiert. Äh, schweilen wir mal heute da. Ah. Das wird doch jetzt schon wieder nix. Die werden sich wieder irgendwo fürchterlich verkeilen. Hm. Fängt schon mal gut an. Die beschießen mich jetzt schon mit dieser scheiß Annerie. Ich bin noch nicht mal richtig da und schon wieder halb tot. Wie scheiße ist das denn, bitteschön? Geil. Geil. Auf, komm, vernichte wenigstens das eine Ding. Oh, das war nicht schlecht. Und jetzt die Mörser noch ein wenig dezimieren. Ja, verkeilen euch ein wenig noch. Genau, ein wenig verkeilen. Obwohl, nein. Wir machen erst mal die Außenwand. Genau, wir knacken erst mal hier außen alles weg. Dann können wir da schön rein. Hoffe ich mal. Die Grundüberlegung. Ah, das funktioniert. Ey, das könnte sogar funktionieren. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Es dreht sich. Und es ist keine Satellinanlage. Oder? Ist das die neueste Satellin-Technik? Damit können Sie Pornos aus China empfangen. Ja, hier in Amerika. Haha. Wer steht nicht auf die Hardcore-Chinina? China, ne? Gott, ist mein Deutsch heute noch schlechter als gestern. Sollte er sich nicht langsam mal zurückziehen? Nein. Wie unsinnig wird das denn? Okay, zurückziehen. Zurückziehen. Ich habe ein paar Einheiten verloren. Okay, wo ist der zweite? Ohohoho. Die schaffen es sogar, alle abzuschießen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Leider viel zu spät erst. Sohoho. Sind alle Einheiten irgendeinem Kommando zugewiesen? Dann heißt es jetzt nochmal reparieren. Seid ihr auch im Kommando zugewiesen? Ja. Ich habe schon mal erwähnt, wie schrecklich ich die Wegfindung finde. Rückkehrzwecksreparatur, Rückkehrzwecksreparatur, Rückkehrzweck... Ah ja, jetzt ist mal Mauerschön. Wo fährst du denn jetzt schon wieder hin? Ihr fahrt jetzt mal da rüber. Das wird doch sonst ja nichts. Los, repariert. Was? Warum wird ja nicht repariert? Weil ich keine Energie habe, oder was? Wie geil ist das denn? Wie viel Zeit? Noch 20 Minuten. Das wird eng, das wird eng. So, wie sieht es jetzt aus? Wenn ich reparieren lassen... Nein, bloß nicht! Hier macht mich wahnsinnig. Ob ich mal den Bau oder ab... Dann kann ich vielleicht jetzt auch wieder was reparieren lassen? Vielleicht, so... Nebenbäumen? Nein, ihr lasst euch nicht reparieren! Sag mal, woher ich mich verarschen... ... Vielen Dank.